So, moin zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Konfiguration. Wir schauen uns an den BMW M3 Competition Limousine mit MX-Drive. Vergleichen diesen mit dem BMW M3 40i X-Drive Limousine, klären auf, weshalb der M3 26.400 Euro teurer ist als der M3 40i und den wiederum vergleichen wir dann mit einem 3.30 Diesel X-Drive Limousine, um dann abschließend herauszufinden bzw. eventuell auch gemeinsam festzustellen, wie nah ist der friedliche M3 40i tatsächlich an der Basis dran und wie weit ist der kriegerische M3 davon tatsächlich weg. Aber zunächst einmal lasst uns gucken, was sagen die Leistungsdaten. 510 PS, 136 PS mehr erhaltet ihr für diese 26.400 Euro. Das ist jetzt natürlich noch lange kein Grund, um jetzt sofort zuzuschlagen. Aber mit den 650 Newtonmeter entfernen wir uns 150 Newtonmeter vom M3 40i. Von 0 auf 103,5 Sekunden, das sind 0,9 Sekunden schneller, auf 200 sogar satte 4,8 Sekunden. Damit wird natürlich derjenige, den ihr abhängen wollt, relativ schnell, relativ klein in eurem Rückspiegel. Wenn ihr euch dann in der Konfiguration für das M-Drivers Package entscheidet, seid ihr 290 Stundenkilometer schnell. Wir konfigurieren uns das gleich noch rein, das M-Drivers Package, das schauen wir uns dann noch an. Vorher aber noch das wichtigste Detail, weswegen ich definitiv zu einem M3 greifen würde. Dann natürlich sich aber immer die Frage stellt, inwiefern ist das dann noch konform mit den Terminen, die du eventuell beim Kunden hast. Wenn du mit einem Motor auftauchst, genannt S58, abgeleitet aus dem Rennsport, aus dem M4 GT3, drehfreudig, doppelt aufgeladen, schreit einen an, dass alles zu spät ist, wie in einem Rennwagen. Und der B58 ist dann doch eher druckvoll, einfach aufgeladen und wesentlich sanfter. Der schreit nicht ganz so, ja, ganz sicher nicht. Er blubbert eben eher hin und wieder mal. Und dann müsst ihr aber auch schon ganz genau hinhören. Das ist für mich ein absolutes Kaufkriterium. In jedem Fall der S58 Motor, der abgeleitet ist aus dem Rennsport. Weitere Details sind dann unter anderem das M-Adaptive-Fahrwerk. Das kriegt ihr im M340i, gegen Aufpreis in jedem Fall. Und M-Drive Professional ist dann für die Rennstrecke. Mit dem Track-Mode, 10-stufige Traktionskontrolle, M-Traction-Control genannt. M-Modus-Track schaltet die Fahrassistenzsysteme aus. Und das iDrive, damit ihr euch absolut auf die Rennstrecke konzentrieren könnt. Und damit ihr eure Rundenzeiten aufzeichnen könnt, habt ihr den M-Lab-Timer. Der M-Drift-Analyser wiederum, der zeichnet eure Driftwinkel auf, samt der Dauer und vergleicht dann die driftbare Differenz, Distanz, jetzt habe ich es, mit der tatsächlichen Länge des Drifts. Das ist abgefahren. Das ist Technik at its best. Sowas Geiles, das findet ihr auch nur im M3. Performance-Analyse kriegt ihr dann per Grafik angezeigt, auch nicht schlecht. Und den M-Drive, die zwei Knöpfchen kennt ihr auch aus allen anderen M-Modellen, wo ihr dann eure Getriebeschaltung, Motor, Dämpfer, Lenk und Bremskarakteristik einstellen könnt. M1, M2-Mode. Aber lasst uns direkt in die Konfiguration einsteigen, lang genug jetzt in die Details eingesprungen. Wir werden die Details jetzt noch am Fahrzeug selbst uns anschauen, nämlich hier mit dem M3 40i seht ihr jetzt sofort. Die M3 Limousine dann wird uns hier angeboten mit 480 PS und Heckgetrieben und für die Puristen unter euch dann auch im manuellen Getriebe. Dann gibt es den M3 Competition Limousine auch rein Heckgetrieben, aber mit 510 PS dann schon, allerdings nur mit Automatikgetriebe. Und hier steht dann unser Fahrzeug, das wir heute vergleichen, eben mit dem M3 40i. Hier jetzt mit 510 PS von 0 auf 103,5 Sekunden. Und wir schauen uns jetzt direkt die Front an und sehen hier, das ist ein komplett anderes Auto. Die viel diskutierte Niere, ganz klar, gar keine Frage. Die Lufteinlässe zur Bremsenkühlung. Hier oben an der Motorhaube gibt es ebenfalls Lufteinlässe. Ihr könnt euch hier unten noch Frontsplitter und ähnliches mit dem Carbon-Exterieurpaket, M-Carbon-Exterieurpaket, jetzt habe ich es, einstellen. Und wir kritisieren natürlich auch dieses Mal mit dem M-Carbon-Exterieurpaket die fehlenden Seitenschweller. Da hat BMW nicht zu Ende gedacht. Das Heck natürlich massiv, ganz anders als beim M3 40i, nämlich die Vierauspuffrohranlage. Wenn ihr sehen wollt, wie ich meine Hand in den Auspuff gesteckt habe, dann guckt euch das C-Klasse-Video an. Das C-Klasse C63 AMG, S-Version war das. Da hatte ich nämlich meine Hand in einen M3 oder M4, glaube ich, war es damals, Auspuff gesteckt. Da könnt ihr nämlich sehen, wie groß diese Tröten hier tatsächlich sind. Also absolut abgefahren. Genau, weiterer Unterschied natürlich hier die Kiemen hier an der Seite und das Dach oben, M-Carbon-Dach. Das gibt es natürlich auch nur beim M3. Aber lasst uns weitere Details feststellen, nämlich die exklusiven Farben. Ich habe es nämlich endlich. BMW Individual Frozen Portimao Blue Metallic. In dem Fall also eine wirklich wunderschöne, super sexy Farbe. Oder hier Individual Frozen Pure Grey Metallic. Auch richtig geil. Wir fahren aber mit Brooklyn Grau Metallic weiter, weil das ist über alle Fahrzeuge erhältlich. Vielleicht habt ihr das BMW M3 CS Video gesehen. Dort vergleichen wir den M3 CS mit eben dem M3, dem Competition, den wir hier sehen. Und damit könnt ihr auch mit der Brooklyn Grau Metallic Farbe, nämlich ein M3 40i oder einen 3.30 Diesel wahlweise ausstatten. Aber was ihr nicht kriegt, sind diese Felgen hier. Diese M-spezifischen Felgen, 19 Zoll vorne, 20 Zoll hinten, die kriegt ihr auf keinen Fall auf keinem anderen Dreier-Derivat. Das ist ausschließlich für den M3 vorbehalten. Und was auch noch ausschließlich für den M3 zu haben ist, ist die Individual Volllederausstattung Merino Elfenbein Weiß. Also weißes Leder gibt es dann im 340i oder im Dreier generell gar nicht. Dort kriegt ihr nur Beige. Deswegen wählen wir hier jetzt mal für den Daily, also wenn das jetzt mein Daily sein soll, die Individual Volllederausstattung Merino Elfenbein Weiß. Und wir wählen die Carbon Fiber. Wir gehen dann weiter zu den Paketen. Ich hatte es schon gesagt, das M-Drivers Package auf 290 Stundenkilometer. Und was ihr auch nur im M3 bekommt, ist das Laserlicht. Das heißt also, das wählen wir jetzt. Und siehe da, schon sieht dein Auto von vorne nochmal wesentlich geiler aus. Also die Scheinwerfer sind natürlich auch im Dreier nicht zu bekommen. Nur für den M3 bzw. M4, die M-Derivate im Allgemeinen. So, wir gehen rüber zur Sonderausstattung. Schauen uns hier jetzt dann sozusagen das M-Carbon Exterieurpaket an. Das wiederum habe ich ja schon kritisiert. Da ärgere ich mich sehr darüber, dass man hier nur ein bisschen vorne in der Frontstoßstange und hinten am Heck den Heckdiffusor entsprechend eingebaut hat. Und jetzt hier im letzten M3 hatte ich das Racetrack-Paket eingebaut. Warum? Weil ich mit dem M3 im letzten Video ganz nah an den M3 CS wollte. Jetzt wollen wir mit dem M3 40i ganz nah an den M3. Und der M3 soll ein Daily sein. Deswegen finde ich die Schalensitze dann ein bisschen brutal übertrieben. Und sind absolut geil. Mega. Einfach nur abgefahren. Aber als Daily nehme ich dann doch lieber die Sitzbelüftung, die ich dann wiederum im M3 40i nicht bekomme. Und auch wieder ein weiteres Gimmick, sozusagen luxuriös. Das zeigt natürlich auch, wie Daily der M3 tatsächlich ist. Das heißt also, das Trackpaket nehmen wir nicht. Die Carbon-Keramikbremse werde ich auch nicht nehmen. Obwohl sie auch ausschließlich nur im M3 zu haben ist. Nicht im M3 40i oder in einem anderen Dreier-BMW. Man könnte jetzt Daily sagen, Glasdach machen wir jetzt in dem Fall nicht. Weil wir die 2,90 haben wollen. Die 290 Stundenkilometer. Das M-Drivers-Package würde sich damit aufheben. Ihr seht es hier. Entfernt wird M-Drivers-Package. Deswegen machen wir das nicht. Wir bleiben also bei den 290 Stundenkilometer. Und nehmen das Reifenreparaturset nicht. Das wisst ihr aus den Videos, die ich sonst so aufgenommen habe bei BMW. Reifenreparaturset. Nein, wir stehen rechts und warten, bis ein Abschleppwagen kommt. So, der BMW Drive Recorder. Den nehmen wir. Das wiederum löst den Parking Assistant Plus aus. Das passt. Lenkradheizung nehmen wir. Und die Shadowline leuchten. Oh mein Gott, das schaut so geil aus. Sicherheit geht vor. Active Protection. Personal eSIM. Und den M-Sicherheitsgurt. Auch hier wieder ans Product Management der BMW. Sorry. Aber das geht gar nicht. 300 Euro für Sicherheitsgurte bei einem Auto, das 120, 125.000 Euro kosten wird. Absoluter Piep. So, deswegen nehmen wir jetzt weiterhin die M-Compound-Bremse. Rot, hochglänzend. Mega geil. Sieht richtig geil aus. Auf dem anderen M3 CS, da kannst du die dann als Carbon bekommen. Nur beim CS. Beim M3 wiederum nur die Compound-Bremse. Und beim M3 40i dann auch. Da kriegst du dann die rote Bremse. Das sehen wir aber auch gleich. So, automatische Heckklappe. Natürlich, Daily, wie gesagt, Sonnenschutzverglasung machen wir auch. Instrumententafel in Sensatec brauchen wir hier nicht. Wir haben hier eine Volllederausstattung. Im M3 40i gibt es die Volllederausstattung wiederum gar nicht. Das heißt, dort würden wir dann das Instrumententafel in Sensatec wählen. Die Harman Cardone Surround Sound System, natürlich nehmen wir die. Und dann Parking Assistant haben wir Professional genommen. Wir nehmen natürlich das Head-Up-Display. Die aktive Sitzbelüftung hatte ich schon erwähnt. Und das Head-Up-Display habe ich jetzt gerade schon mal angesprochen. Die Service-Inklusive bleibe ich dabei. Kennt ihr aus den anderen Videos. Ist mir zu intransparent. Wähle ich auf keinen Fall. Ich möchte wissen, was die Ersparnis ist. Und dann wäre es eine Diskussion wert. Driving Assistant Professional natürlich nehmen wir, ganz klar. Und dann sind wir auch schon fast durch, wenn ich mich nicht irre. Die M-Carbon-Keramik-Bremse, wie gesagt, haben wir hier im Daily jetzt nicht dabei. Ganz wichtig, also die Extras Adaptives M-Fahrwerk, das ich gerade schon mal kurz angesprochen hatte. Auch ganz geil. Die Galvanic-Applikationen sind hier schon Serie. Und der M-Dachhimmel natürlich in Anthrazit, klar. Hochglanz Shadowline, auch ganz klar. Die Sitzverstellung ist elektrisch für den Fahrersitz, jedenfalls mit Memory, auch ganz genial. Natürlich sind dann auch noch weitere erweiterte Umfänge dabei. Das passt, also es ist alles drin. Der Wagen ist voll, der AB-Tuner. Das könnt ihr euch natürlich in der Serie auch nochmal ganz genau anschauen auf der BMW-Webseite. Und dann der M-Drive Professional, den habe ich ja gerade schon ausführlich erklärt. Und dann sind wir durch. Und dann habt ihr einen mega genialen, super geilen M3 Daily Wagen hier stehen. Ich würde dann noch zusätzlich ein paar Dinge bestellen, weil ich ein Marketing-Opfer bin, gebe ich zu. Würde ich natürlich, weil Product Management aus BMW hat mich dazu gezwungen, jetzt hier noch die Lufteinlässe. Achso, nee, Quatsch. Die haben wir ja schon im M-Carbon-Exterieur-Paket. Nein, was war das? Der Frontsplitter. Den würde ich mir auf jeden Fall reinnehmen. Dann würde ich mir natürlich die Seitenschwelle, habe ich gerade schon angesprochen. Das wäre eigentlich... Ich meine, wer konfiguriert sich einen M3 mit einem M-Carbon-Exterieur-Paket und fragt dann, ob es 5.000 oder 6.000 Euro kostet? Sorry, aber ich kenne da niemanden, der da groß hinterherfragen würde. Am Ende hätte er einfach gerne den Seitenschweller in Carbon und fertig. Die Performance-Außenspiegel-Kappen kriegen wir sozusagen mit im Carbon-Exterieur-Paket. Aber die Heck-Winglet-Carbon, da hatte ich beim CS-Video auch schon gesagt. Was für ein Mist, ja? Warum ist das beim CS nicht Serie? Da muss ich mir das beim CS auch noch kaufen. Beim normalen M3 kann man darüber diskutieren, ob man das hat oder nicht. Den Flügel auf keinen Fall. Also den, wie gesagt, nur, wenn man mag. Und dann bin ich auch schon durch und habe dann die wichtigsten... Achso, den Air Breezer auf jeden Fall. Der ist jetzt hier nicht aufgezeigt. Aber diese Kiemen hier gibt es auch noch in Carbon. Das würde ich auch noch auf jeden Fall machen. Und dann wäre mein M3 auch schon daily fertig und ich werde der glücklichste Mensch der Welt. Zusätzlich schauen wir uns jetzt den M340i an. Und ihr seht, vorne völlig anderes Auto. Klar, Facelift, andere Scheinwerfer als der Vorgänger. In dem Fall die Lüftungseinlässe sind natürlich bei weitem nicht so brutal breit wie im M3. Brauchst du auch alles gar nicht. Witzigerweise haben sie im M340i tatsächlich eine bessere Belüftung angeboten gegen 350 Euro. Aber gut, ich meine mit einem M340i auf die Rennstrecke wohl eher kaum. Und jetzt vergleichen wir den mal kurz mit dem M330 Diesel. Und ihr seht, da ist kaum was. Also vorne. Vielleicht habt ihr es sofort gesehen. Der M340i darf jetzt im Facelift endlich mit den M3 Spiegeln fahren. Also das hat er jetzt gegönnt bekommen. Allerdings in schwarz, nicht in Carbon. Das müsste man dann wahrscheinlich im M-Performance-Parts-Shop nochmal nachgucken, ob man das bekommt. Und der 330 Diesel hat den Mesh-Grill hier nicht, den der M340i hat. Das seht ihr hier. Den kann man aber für den 330 Diesel nachrüsten. Wenn ihr jetzt auf das Pricing guckt, M3, 123.000 Euro. Und dann hatten wir den M340i bei 92.000 Euro knapp. Und der 330 Diesel ist gar nicht viel weiter weg davon. Also wir sind da ziemlich nah dran, was das angeht. Was wir aber jetzt auch noch nicht gesehen haben beim M3, sind natürlich, dass er viel sportlicher ist. Also Federn, Dämpfer, Querlenker, Stabilisatoren. Das ist alles natürlich im M3. Alles ganz, ganz anders als im M340i. Wenn wir also die drei Fahrzeuge miteinander vergleichen, ist der M3 der brutalste auf der Straße von allen dreien. Aber ich sage euch eins. Ab 450, 500 Kilometern Distanz bin ich mit dem 330 Diesel wahrscheinlich am schnellsten am Ziel. Weil bei Vollgas haben alle drei einen 59 Liter Tank. Das heißt, beim M3 tankst du am schnellsten nach. Beim M340 wahrscheinlich auch relativ kurz danach. Und mit dem 330 Diesel kommst du an und hast wahrscheinlich noch 200 Kilometer Restfahrkilometer. Aber ihr seht hier auch im Heck mit den zwei kleinen Auspüffchen hier. Das ist natürlich auch nochmal ganz anders ausgestaltet. Ein witziger Funfact auch noch, in dem M340i hat man tatsächlich die Reifen gegönnt. Die 792er sind das hier, die ihr hier seht. Die gibt es für den Basis 3er, also drunter unter M340 sozusagen, gibt es da nur die 791er. Das ist dann das höchste der Gefühle, was ihr kaufen könnt oder nachrüsten könnt. Und dann habt ihr drei absolut abgefahrene Fahrzeuge. Mir gefällt jedes einzelne. Also alle drei richtig geil. Fazit Leute, ich sag's euch, am schnellsten am Ziel, ab 400 Kilometern, 500 Kilometern seid ihr mit dem 330 Diesel wahrscheinlich. Am meisten Spaß habt ihr mit dem M3. Und mittendrin, stellen wir jetzt gemeinsam fest, ist der M340i. Der so alles ein bisschen kann und dann doch irgendwie nicht so hundertprozentig M, nicht hundertprozentig 3. Also richtig cooles Auto, trotz allem. Ich bin der Meinung, dass wenn ihr das nötige Kleingeld habt und beim Kunden damit auftauchen könnt, dann mit dem M3. Und wenn ihr sozusagen mittendrin was haben wollt, dann ist der M340i sicherlich eine gute Basis. Und der 330 Diesel, ja, der erfüllt alles, was man sozusagen sich wünschen mag. Sieht relativ genau aus wie die anderen zwei, relativ ähnlich, sag ich mal. Und ja, also von daher gute Autos, alle drei. Ja, gar keine Frage. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es liken wollt, wenn ihr es sozusagen gut gefunden habt, dann bitte liked, kommentiert, leitet weiter, was auch immer, um mich dabei zu unterstützen, weiterzumachen. Ich danke euch recht herzlich und bis demnächst. Ich freue mich drauf. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.